Jetzt hat das Wort Herr Stephan Birz von der AfD. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wir wollen nicht den Titel dieses Antrags unterschlagen, den wir jetzt hier zur Verweisung erhalten. Hochwasser effektiv vorbeugen, Frühwarnsysteme ausbauen. Wir reden hier über den Binnenhochwasserschutz, wie wir gerade bei den Schilderungen aus dem Harzvorland sicherlich gut entnehmen konnten. Im Antrag steht einiges sehr Konkretes. Im Gegensatz zum Digitalisierungsantrag aus dem vorigen Beratungspunkt ist hier einiges sogar erschreckend konkret. Wir wollen per Antrag nun unter anderem die Mittel erhöhen, das haben wir eben gehört, wir müssen mehr Geld bereitlegen. Wir wollen die Zusammenarbeit mit den Kommunen stärken, ausbauen, verbessern, wie auch immer, was sicherlich sehr nötig ist, wenn man im Hochwasserschutz effektiv arbeiten will. Dann wird es ein bisschen seltsam, dann reden wir darüber, dass wir per Antrag bessere Wetterprognosen auflegen wollen, wie immer das gehen mag. Da träumen wir, glaube ich, alle von, dass die Wetterprognosen besser werden in Zukunft. Und als sehr wunderlich anmutenden Punkt haben wir jetzt auch die Karte, die Herr Kollege Bosse eben erwähnt hat. Die Karte nämlich von laufenden, geplanten oder im Bau befindlichen Hochwasserschutzmaßnahmen und ein dazugehöriger Masterplan mit den Finanzierungsabsichten, beziehungsweise mit den Finanzierungsmitteln, die nötig sind. Nun, Kartenmaterial haben wir zum Glück in Niedersachsen schon genug. Wir haben die Karte der Überschwemmungsgebiete nach §15 NWG, §115 NWG. Wir haben eine Karte der gefährdeten Gewässerabschnitte. Wir haben Gefahren- und Risikokarten gemäß HWRM-Richtlinie. Wir haben eine vorläufige Bewertung der HWRM-Richtlinie, auch in Kartenform. Wir haben Hochwasserschutzpläne und wir haben Hochwasserrisikomanagementpläne. All das ist online und interaktiv erhältlich. Dann ist aber die Frage, was hat eine solche Karte von laufenden Baumaßnahmen eigentlich mit dem Frühwarnsystem zu tun? Und dann muss ich denjenigen sagen, die jetzt in Verantwortung für diesen Antrag sind, bei letzter Gelegenheit vielleicht in der Regierung waren, auch Regierungsfraktionen waren, jetzt hier sozusagen im zweiten Aufkurs zu Wiederregierungsfraktionen sind und der Regierung angehören, was haben Sie da tatsächlich früher gemacht? Brauchen Sie die Karte jetzt nicht tatsächlich deswegen, weil Sie völlig den Überblick verloren haben? Denn anders kann ich es mir nicht erklären, wenn Sie jetzt mit Dingen anfangen, die schon längst laufen und die schon längst fertig sein sollten. Und ich frage mich, was es da zu kartieren gibt. Und ich frage mich, mit welchem Masterplan Sie auf die Schatzsuche nach Finanzierungsmöglichkeiten gehen wollen. Wir haben hier offensichtlich das Einvernehmen, dass wir einen parlamentarischen Startschuss an die Regierung loslassen. Da muss man allerdings fragen, wie viele Startschüsse brauchen Sie? Wir haben über das Winterhochwasser jetzt gesprochen, wir haben das über das Sommerhochwasser gesprochen. Wir hatten das Jahrhunderthochwasser 2013 und wir hatten sogar das in 2002. Jahrhunderthochwasser ist ein großes Wort für die Statistikinteressierten. Das ist ein Mittelwert. Das bedeutet, dass ein Jahrhunderthochwasser durchaus häufiger vorkommen kann, in wenigen Jahrzehnten. Aber es kann auch jahrhundertelang nicht vorkommen. Von daher ist das keine Aussagekraft, ob sich irgendwas grundsätzlich verändert hat. Wirklich sinnvoll wären die Maßnahmen, die Sie nicht malen, sondern machen sollten, nämlich Hochwasserschutzbauten durchführen, eine Ausweitung und Überarbeitung der bestehenden Karten so machen, denn die beste Frühwarnung ist die... Entschuldigung, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Abgeordneten Bosse? Nein, ich bin fast fertig. Sie sollten die Hochwasserkarten überarbeiten, die schon stehen. Die beste Frühwarnung ist immer noch die, die Leute gar nicht erst da bauen zu lassen, wo Hochwasser drohen könnte. Und das ist offensichtlich sehr vielen und eigentlich viel zu vielen passiert. Ich frage mich, was Sie den Leuten sagen wollten, wenn Sie zwar in vier Tagen das Wetter voraussagen können, aber eine Hochwasserkarte erstellt haben, auf der man sehen kann, dass erst in zwei Jahren der Deich fertig ist. Und das ist im Hochwassergebiet. Die Überweisung ist ja offensichtlich konditioniert, letzter Satz. Von daher können wir gut zustimmen. Aber es ist sicherlich auch eine Unterrichtung möglich, wie jetzt eigentlich der Sachstand beim Hochwasserschutz ist. Der Umweltminister ist neu und hat sicherlich auch noch ein paar weiße Flecken, die da aufzuhellen wären. Danke sehr. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Wirz. Wir kommen jetzt zum Beitrag von Bündnis 90 Die Grünen, gesprochen von Frau Imke-Bühl. Vielen Dank. Vielen Dank.